Denkorn bietet die anspruchsvollsten Mobiltrockner des Markts mit Trocknerleistungen bis zu 200 Tonnen pro Stunde an und bis zu 30 Prozent Energie einsparend. Dazu minimale Installations- und Betriebskosten. Unsere Trockner haben eine anspruchsvolle und benutzerfreundliche Bedienung durch unseren Touchscreen. Der aktuelle Wasserinhalt wird ständig bemessen und dementsprechend gesteuert. Die Austragswalzen verhindern eine Übertrocknung des Getreides. Die Geschwindigkeit der Austragswalzen hängt von dem Wasserinhalt des Getreides ab. Die Trockner werden komplett mit Schaltschrank, Touchscreen-Steuerung, Automatik, Gebläse und Brenner geliefert. Und alle Trockner werden vor der Lieferung auf unserer Teststation getestet.